So, herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt am Sonntagnachmittag. Ihr seht schon den originalen C64 Startbildschirm und da geht es jetzt los mit einem Spiel, das ich früher auch immer mit der ganzen Family oft gespielt habe. Glücksrad! Ja, ganz locker, ganz schnell. Wird auch wahrscheinlich nur ein Part in Anspruch nehmen. Glücksrad aus dem Jahr 1990. Damals gab es sehr viele Gameshow-Adaptionen für den C64. Da gab es Glücksrad, der Preis ist heiß. Das gab es damals noch, ich glaube, Bingo, Riskant, Hopp oder Top und was nicht noch. Das waren ja wirklich tolle Gameshows damals. Ja, vermissen wir schon ein bisschen die frühere Zeit im Fernsehen. Heute kommt ja nur noch Müll. Deswegen Retro-Trip.2. 2.0 oder so. Keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir natürlich hier 1 zu 1, wie es auch früher war, erstmal warten müssen. Denn der C64 ist mit seiner Leistung noch ein bisschen eingeschränkt. Und ja, in der Zwischenzeit kann ich mal was zum Spiel erklären. Glücksrad, wie gesagt, kam 1990 von GameTag auf den Markt. GameTag hat sich oft darauf spezialisiert, eine Gameshow-Umsetzung für PCs und andere Konsolen, glaube ich auch, haben sie auch produziert, auf den Markt zu bringen. Und ja, Glücksrad haben wir immer sehr gern gespielt mit der Familie, oft so bei Familienfesten, wenn Weihnachten war, irgendwie die ganzen lästigen Pflichten durch waren. Da haben sich so ein paar zurückgezogen, während die anderen weitergesoffen haben. So immer so 3-4 Leute zurückgezogen ins Nebenzimmer und haben da auf dem C64 natürlich Glücksrad gespielt, denn das hat Spaß gemacht. Hier spiele ich jetzt heute gegen den Computer. Macht nicht so viel Spaß, es ist halt ein Spiel, wo in der Gesellschaft viel mehr Bock macht als gegen den Computer. Aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem ganz nett über die Runden heute. Und wie ihr seht, seht ihr nichts, es lädt tatsächlich immer noch. Unten rechts seht ihr dieses rote Kästchen, das bedeutet, das Ding lädt noch. Glücksrad braucht schon sehr lang zu laden, aber immerhin ist das das einzige Mal, wo das Spiel lädt, danach nicht mehr. Jo, Grafik, werdet ihr gleich sehen, ist angepasst an die C64-Zeit. Ich hatte ja eigentlich ziemlich schlechte Grafik, aber darum ging es hier nicht. Es ging ja hauptsächlich um den Spiel, was der durch das Spiel aufkommt. Und ich habe mich noch einige Male böse aufgeregt bei diesem Spiel. Und jetzt geht es los. Glücksrad! Das Spiel hält sich musikalisch an der Originalversion, an der amerikanischen. Ich mache mal ein bisschen leise. So, ist besser. F1, ein Spieler. Waren sie schon mal da? Ich war zwar schon mal da, aber ich gebe jetzt hier mal meinen Nickname ein. Also, F3 ein. So. Und mal gucken, wen der Computer auswählt. Jutta Uwe natürlich, immer wieder gern genommen. Und Mischi. Mischi, Mischi, du alte Kackbratze. Okay, jetzt gucken wir mal hier, wer am fimmigsten drauf ist. Glücksrad. Brauche ich nichts zu erklären. Kennt jeder. Und wer es nicht kennt, wird es gleich kennenlernen. Das ist Sound-Wahnsinn. Das gefällt mir. Ja, genug geschwälgt. Da kommt schon unsere Buchstabenfehle, die Marien Gilze. War das natürlich damals. Und, äh, ja. Sieht aus wie eine Mischung aus, äh, dieser, äh, einen Truller von Futurama und Angela Merkel. Nein. Ich starte mal das Spiel. Mit F1 können wir drehen. Okay. Jetzt habe ich direkt mal die Zeit versäumt. Ich war zu langsam. Okay. Das war schlecht. Ich wollte ja eigentlich mal was zum Spielen ein bisschen loswerden. Jetzt ist natürlich der Computer an der Reihe und der wird mich jetzt erstmal an die Wand raten. Oh, ja. Paare sind gesucht. Paare, Paare, Paare. Bei Paare können wir immer annehmen, dass das zweite Wort UND bedeutet. Soweit sind wir eigentlich schon. Das ist also quasi schon ein Wort geschenkt. Aber ich bin leider nicht dran, denn der... Oh, Glück. Der Uwe hat's gefailt. So, Mischi, du alter Sack. Komm, jetzt mal schön bankrott für dich. Oder aussetzen. Was auch immer. Nein, er hat einen richtigen. Ein R. Ein R im Spiel. Und die Marin läuft steif wie ein Bügelbrett. Von links nach rechts oder von rechts nach links. Und dreht die Buchstaben und drückt die Daumen noch, während wir drehen. Das ist natürlich auch sehr schön animiert. So, jetzt hat auch der blöde Mischi gefailt und ich bin wieder dran. Jetzt drücke ich mal rechtzeitig, ehe ich hier wieder Timeout gehe. Schönes Spiel. Und kriege gleich mal den Höchstbetrag der ersten Runde. 750. Dann nehme ich doch direkt bei einem N wie Nordpol. Da weiß ich, dass es drin ist. Genau, wegen dem Wort und. Da führe ich ja gleich mal das Feld an mit 750. D-Mark sind das noch, ja. Ich hab's ja schon mal gesagt. D-Mark kennen die meist nicht mehr. Das war eine Währung in Ostbayern. Hat sich nicht lang gehalten. Wurde dann vom Euro abgelöst. Aber war schon eine schöne Zeit. So, jetzt nehme ich das D wegen und, ne. Ist natürlich leider auch nur einmal drin. Haben mir ehrlich gesagt nie so Spaß gemacht, diese kürzeren Begriffe. Besten fand ich nur, wenn die Radewand voll war mit Feldern. Nein, bitte nicht bankrott. Diese gepunktet sind meistens solche Dinge. Okay, ich noch mal der Höchstbetrag. Ein S wie Siegfried. Einmal. Noch weiß ich nichts, außer das zweite Wort ist und. Ihr könnt ja zu Hause wunderbar mitraten. Ich nehme mal ein Vokal. Natürlich das E wie. Examensprüfungsaufsichtsbeamter. Zwei Stück. Sehr schön. Ich nehme noch ein Vokal. Das ist mir nämlich alles zu tricky hier. Ein I. Ne, ein U. Ich hab's befürchtet. Das ist nur ein einziges Mal drin. Das hätte ich mir schenken können. Egal. Vokale kosten 250 Mark hier im Spiel. In der Spielshow war's, glaube ich, teurer. Kennt ja jeder noch hier. Glücksrad in Sat. Sat 1 mit Frederik Meissner und Peter Porno-Bond. Oh nein. Aussetzen. Leider nichts. Da muss ich jetzt pausieren. Wenigstens bin ich nicht mal ein Krott. Okay. Der Uwe nimmt ein Vokal. Ein O wie. Oh, du fröhliche. Und ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es immer noch nicht. So, Uwe. Vokal kann er nicht mehr. Muss er also drehen. 200. Scheiße. Hm. Ich glaube, ich weiß es. Asterix und Obelix. Mhm. Toll. Jetzt bin ich natürlich in einer sehr prekären Situation. Das ist, glaube ich, das einzige Rätsel im Glücksrad, wo 2X drin vorkommen. 2X. Das gibt es nicht allzu oft. So, der kriegt natürlich nur 100. Ah, verfluchter Mist. Der Uwe, der Uwe. Das ist absoluter Crack hier. Der Uwe. Immer wieder dabei. Wenn wir den Computer nehmen. Ah. Beim Toy-Tales. Ja, natürlich. Computer weiß es noch nicht. Wisst mal, wie blöd der ist. Hm. Und Marin klatscht in die Hände. Und... Nein! Warum geht Michi nicht bankrott? Ja, Michi hat gefällt. Das ist jetzt meine Chance. Ich bin jetzt ganz mutig und drehe nochmal. Denn es ist noch 2X zu holen. So, da oben ist ein Eck. Ja, genau. 500X. Wie? Xant-Tippe. 2Xes. Es gibt 2Xes im Spiel. Und jetzt gehe ich auf Lösen. Und brauche nur noch ein A einzutippen. Und nur noch Vokale im Spiel. Ach, ja. F5. Und ein A. Sehr schön. Runde 2. Jetzt... Ja, 2 waren kurz im Spiel. Es wird noch schwerer. Aber dafür 1000 Muck als Höchstbetrag. F1. F1. Und Sport. Sport ist gut. Sport ist immer gut. Mal sehen, was wir draus machen können. Jawohl. Der Uwe loost gleich mal voll ab. Uwe hat gerade einen schlechten, ganz schlechten Lauf. Und der Mischi hoffentlich auch. Nein, leider nicht. Keine SS im Spiel. Keine SS. Das ist politisch nicht so korrekt. Entschuldigung. Den Extra-Dreh gibt es lustigerweise auch nur in der ersten Runde hier in diesem Spiel. Der wird dann nicht mehr vorkommen. Dafür halt zwei Wangenkrotz. Einmal ein RW. Rasenmäher-Griff. Rasenmäher-Griff-Anschweiß-Muffe. Drei Stück. Na, das ist doch hübsch. Nochmal drehen. Ist ja klar, dass der Spieler, der am Schluss das meiste Geld zusammenbekommt, nach drei Runden, dann in die Bonusrunde einzieht. T wie Theodor. Und dort, was war das? Ein Auto, eine Yacht oder eine Reise gewinnen kann. Wenn er das Bonus-Spiel löst, nehme ich dann das Ernstl. Drehen. Vorsicht, 500. Envy, natürlich. Auch dreimal. Hallo. Jetzt bloß nichts anbrennen lassen. Jetzt nehme ich mal ein Vokal. Und zwar natürlich das E. Wie E-Gol-E. Zwei Mal. Also irgendein Drittel. Trabrennen vielleicht. Trabrennen. Trabrennen. Könnte sein. Drehen wir nochmal. Es ist natürlich jetzt sehr riskant. Das Bankrott lauert überall. Der Maren drückt uns die Daumen. Die alte Sau. Das alte Luder. Da läuft sie mit ihren Stöckelschuhen über die Bühne. Und grinst sich vor sich hin. Jetzt hier ganz lässig an die Geradewand gelehnt. Ha, was tolle Animationen. Jetzt nehmen wir mal ein Vokal. Und zwar ein Iwi. Ist nicht wahr. Zwei Stück. Irgendwas im Trabrennen. Aber was? Aber was? Aber was? Gucken. Irgendetwas im Trabrennen. Wisst ihr es zu Hause schon? Zu Hause. Zu Hause. M. Einmal. Soweit ist klar. Dann versuche ich nochmal mit einem A wie Anton. Zwei Stück. Sehr gut. Favorit im Trabrennen. Favorit im Trabrennen. Stimmt. Oh, ich könnte jetzt noch ein Vokal... Ne, ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Ich bin noch nicht bankrott gegangen. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Favorit... Läuft das gut. Läuft das gut. Und das beim Let's Play. Ich dachte hier, vorfügungseffektmäßig geht jetzt alles in die Grütze. Aber es läuft. So, jetzt können wir richtig Asche machen in der Runde 3. Weiterhin zwei Bankrotts im Spiel. Aber 5000 Mark als Maximalbetrag sind jetzt möglich. Also jetzt können wir uns dumm und dusselig verdienen. Leider Gottes nur so ein popeliges Mini-Rätsel. Das mag ich ja gar nicht. Eine Person ist gesucht. Kann natürlich jeder sein. Geht schon mal los. Keine Ds im Spiel. Und Marin klatscht und... Hat irgendwie ein grünes Gesicht, die Marin. Der ist ein bisschen schlecht, glaube ich. Wäre mir auch, wenn ich sie wäre. Eine ist im Spiel. Das sind doch schon mal wieder 300 Ocken. Für uns. Und weiter geht's. Diese Soundeffekte, wir hören auch immer dieses Glücksrad, dieses... Sehr schön umgesetzt hier. Für den C64. T wie Transit. Ein Doppel-T. Aha. Steffi Graf? Nein. Keine Ahnung bis jetzt. Weiter gedreht. Ne, 200. Ein R wie Richard. Oui. Auch zweimal. Zweimal das R. Votter. Votter. Sotter. Kater. Hutter. Ich nehme ein E wie Emil als Vokal. Drei Stück. Hier, ich lasse Uwe und Michi ja gar keine Chance. Ich bin eine egoistische Sau, ich weiß. Otter. Otter. Mutter Teresa. Mutter Teresa ist ja super. boah, sie lebt aber gar nicht mehr, Mutter Therese, aber sie hat noch gelebt, als das Spiel rauskam. Es ist noch ein Haar zu holen, ich riskiere es jetzt mal ganz todesmutig, in Gefahr bankrott zu gehen. Oh, 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 bitte, bitte, bitte. What? Herzschlagfiener, alle Jungen. Na, ich hab mich vertippt, ich hab mich vertippt. Und der löst, der Idiot, na, das ist jetzt eigentlich egal. Das war ein Torwart, ein Elfmeter ohne Torwart und ich hab ihn verschossen, weil ich auf, in der Unachtsamkeit auf den falschen Buchstaben gekommen bin. Nämlich aufs J statt aufs H, aber das ist ja egal, der hat nur 200 Mack gemacht. Und ich 5100, ich darf mir jetzt hier den Bonuspreis aussuchen, den ich haben möchte. Ich nehme natürlich, was nehme ich? Reise ist doof. Jacht oder Auto, irgendwas lang, genau. Ich nehme das Auto. Vielleicht gibt es einen Trabi zu gewinnen. Das Spiel gab es übrigens auch auf dem Gameboy. Spiel ich vielleicht auch nochmal kurz als Mini-Projekt. Jetzt darf ich mir 5 Konsonanten, dann natürlich als ausgebuffter Glücksratkandidat, gibt es natürlich nichts anderes als das Ernstl. Und jetzt kommt natürlich so ein Riesendrecksrätsel, wo er gleich eintippen muss, wie ein Bekloppter. Boah, nur ein N in diesem Riesending, seid ihr scheiße. Ein Ort ist gesucht. Das ist nicht so die beste Ausbeute. Boah, okay. 30 Sekunden Zeit. Das Mutterkerns. Muttersterns. Muttersterns. Viel zu wenig Zeit. Ich habe gelust. Nee. Ich weiß es nicht. Abgelust. Naja, 5100 Mac. Auf dem Gipfel des Matterhorns. Ah, ihr seid doch scheiße. Da hätte Matterhorn gereicht. Nee, auf dem Gipfel des Matterhorns. Natürlich. Unverschämtheit. Naja. Da sind wir die Champions-Liste natürlich. Die können wir letztlich auch speichern. Wunderbar alles. Ja, zweiter Platz mit 5100 Mac. Ganz nett. Ja, das war es mit Glücksrat. Kleines Mini-Projekt. Sollte sie auch mal spielen. Macht Spaß. Vor allem in der Gruppe, wie gesagt. Okay. Dann gibt es ja noch der Preis. Ist heiß. Könnten wir auch noch mal spielen. Bei Gelegenheit. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss. Ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Projekt. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020